Überleg dir am besten jetzt schon eine Antwort für diese Situation, versetze dich jetzt schon mal in die Lage, dann bist du in dem Moment ein bisschen selbstbewusster und wenn die Frage frech ist, vielleicht auch ein bisschen stärker. Vielleicht hilft es dir mal, sich mit einem Freund oder mit einer Freundin darüber zu unterhalten, was dir an deinem Körper gefällt und was dir vielleicht nicht so gefällt und du wirst überrascht sein, dass der Freund oder die Freundin vielleicht das dann auch sagt, hey, mir gefällt das an meinem Körper und das gefällt mir vielleicht nicht und so verbessert sich vielleicht die Freundschaft sogar und du gehst auch besser mit diesem Problem um. Und wichtig ist mir zu sagen, liebe deinen Körper, arbeite nicht dagegen oder hasse ihn oder so, der tut so viel für dich, also liebe deinen Körper und akzeptiere ihn so wie er ist.